größe besser my hero academia season 2 episode 8 oder episode 21 von der halten sie mal sehen willst einer beschwert sich ja immer hier noch eine anmerkung in eigener sache ja ich weiß dass ich mit einer menge sachen sehr spät dran bin ich habe immer noch keine chance gehabt mit little witch academia anzuschauen sorry ich hoffe ich kann es beim längeren wochenende ein bisschen nachholen ich würde sowieso ein paar sachen machen wollen die ich hinten links jetzt liegen lasse aber momentan andererseits meine güte wir hier im deutschsprachwahl haben wir haben wirklich die peinlichste fan community die den neuen genji skin der anniversary version von overwatch sehen und das einzige was diesen deutschen leuten einfällt ist power ranger es ist ein guter grund warum fremdschämen in deutschland ein so gängiger begriff ist das mache ich jetzt gerade leute die sich als fans bezeichnen da mal wissen wo zwischen ein unter wenn sie den typen sehen in den mecha outfit mit dem großen v mal abgesehen von so sachen wie beautiful joe und ne menge sentai sachen hatten wir auch noch so sachen wie zb kamen rider und ich bringe das hier deswegen raus weil ich habe da ein paar interessante sachen entdeckt in der heutigen oder dieswöchigen episode mit ein paar sachen aufhören muss oder zu kommen im grunde genommen konnte ich hier nicht sehr viel über die kämpfe erzählen durch ein paar neue gesichter ein paar altbekannte gesichter die jetzt gerade von der arena zu arena und zurückkommen gerade von die kämpfe dauern nicht sehr lange aber im großen und ganzen sehr anschaubar sehr lustig vor ort jetzt hat tut mir so leid du hast zwei charaktere die mörder wegen ein und in seinem quirk haben und die beiden knocken sich am ende gegenseitig k.o. das wird noch eine lustige geschichte mit den beiden das könnte ich jetzt schon sagen aber das highlight okay das highlight abgesehen von dem was nächste woche kommt in bezug auf dass wir dann urara kampf das erste mal sehen wo ich sagen muss das wird lustig wenn ich der vorschau glauben darf aber das highlight dieser episode wirklich war ida gegen hatsune mei erfährt man zumindest einmal was ihre fähigkeit eigentlich ist und das ist so man merkt sich das wort mit dem sie anscheinend über fünf kilometer gestochen scharf sehen kann und sie ist eben ein ziemlicher techno freak und baut halt eben großteils supporting tools und kampfausrüstung und die show die sie abzieht ida tut mir echt leid muss ich sagen der tipp ist ebenfalls ida seine familie ist übrigens eine einspielung im pokon hier auf center geschichten nicht die einzige sache die offenung auf andere superhelden storylines hinweist in der ganzen reihe aber das ist natürlich niemandem mit glaubt gefolgt schweige nach den ganzen aufgebracht aber egal was mir aufgefallen ist du hast hier jemanden den mann hat zune mei nennt die fähigkeit zoom hat mehr sagen alles andere wäre schon zu leicht und du sagst sagen wenn das schon schwer ist und sorry leute kann ich euch nicht mehr helfen okay dann warte ich bis nächste generation kommt okay vor allem wenn man auch denkt wie sie ihre sachen präsentiert weil das ist ja kein kampf was die beiden abziehen erstens einmal sie verpasst ida ein gyroskopisches gerüst das er zuerst für eine hilfestellung hält und wie er sich dann raus redet weil er sich vorher angemeldet hat wenn er nicht so mögungswert wäre so ein richtig schön sympathischer chaot okay wäre der massive lerchenholz stock den er im arsch hat okay ein ärgernis aber ist das ist das feinste gehölz das er im arsch stecken hat deswegen ist es sympathisch weil einfach nur so klassisch verklemmt rüberkommt und nur so deswegen tut mir auch dieses episode so wahnsinnig leid wie gesagt das ganze ist eine riesengroße verkaufsshow ebenfalls allein wie sie ihre so wie diese wie im mail diese sachen präsentiert diese wunderbare speedline geschichte und ebenfalls und keiner bis jetzt ich habe geschaut niemand hat das kapiert was hier gezeigt wird ich sag mal so wow hört denn niemand meine schreie ich meine dass das mit genji das war heute so so du kommst nach hause bist müde denkst du eigentlich ach ich will nur dann liest du diese diese diesen geistigen akust der armut und dann schaust du dir wo kann ihre akademie und denkst du wow ebenfalls keiner kapiert keiner hat es gesehen warum nicht ich hoffe irgend irgendjemand anderes wahrscheinlich in einer ecke des welten rundens die nicht hier bei uns ist weil überall anders sind sind interessantere leute als hier bei uns anscheinend momentan die kommen auf solche sachen ohne dass man sich dreimal erklären muss aber auf jeden fall diese ganze sache okay abgesehen von der ganzen anspielungsgeschichte aber darauf kommen wir jetzt nicht mehr rein weil das ist schon zu viel und das ist ein problem ist die da drüben haben und nicht ich die ganze kampfszenerie eben zwischen ida und hat so eine mail wirklich ist nur darauf aus ihre sachen mehr oder weniger nicht verkaufs show abzuziehen und und wirklich jeder ist wer ja aufgeschmissen wie sonst gar nicht weil er sich nicht einmal wirklich wehren konnte er wehrt sie nicht aber er erreicht nicht aber weil sie sich mit ihrer mit ihren ausrüstungs mit ihrer ausrüstungs show immer aus einem reichweite hält und wirklich darauf achtet dass ja die ganzen sponsoren das ganze auch sehen was damit er und hier spoiler ok falls ich immer wieder aufregt ich habe es hier noch einmal ok sie geht aus dem ring ich hätte locker leicht spiel entgewinnen können an dem punkt nein ihr ging es nur ums präsentieren ihrer babys ebenfalls hat die warum bringen sie das so oft auf sie ist jetzt vorher oft aufgebracht und dann nicht mehr so oft war am anfang so dass ihre technische spielereien baby nennt so ehrlich einige leute brauchen eine leuchtreklame um pinkeln zu gehen das sind dann fans mit denen man sich abgeben muss aber ja entschuldigung ok ich höre schon auf ehrlich das hat mich einfach nur jetzt wahnsinnig geärgert die episode nicht die leute also wenigstens ein dabei wäre einer mit ihren oh nein und wirklich die aktion die sie abzieht und einfach so vom platz geht dass jeder gewinnt tut mir echt leid ehrlich wie gesagt was war ebenfalls heraussteht diese episode ist wieder einmal midoriya der wieder mal voll ausnördet und alle mehr oder weniger etwas sagen wir sagen wir so nicht schockiert aber so nicht unbedingt positiv reagieren weil er wirklich nur mit sich selbst redet und und sachen in seinem textbuch steht über creepy as fuck ok und so dazu führt dass das anscheinend ura eben abhaut weil sie eben als nächste dann dran ist wahrscheinlich nächste episode sehen werden im großen ganzen was ich hoffe worauf ich mich auch sehr freue weil es dürfte definitiv interessant werden weil sie eben so sehr unterdrücklich was das so geht weil wie gesagt sie ist darauf ausgelegt sich lizenzieren zu lassen um ihre familie zu unterstützen und die episode ist im großen ganzen ein bisschen du siehst hier ein paar neue charaktere das ist die gleiche charakterische und kennst und so weiter und so fort aber wie gesagt der 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 kampf zwischen ihnen und hat es nicht mehr das ist mama das war wirklich so ein ehrlich das musst du gesehen haben okay dass das ist alle kämpfer sind neun schaubbar ist das sind so und wie gesagt die nächsten nächsten paar episoden eine ganze 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 restliche sie ist wahrscheinlich damit abgehandelt werden dass die in die sportveranstaltung und letzten paar bis zum nächsten extrem kritisch werden wahrscheinlich ich denke dass das ist das ist das ist das ist was ich schon auf die nächsten season hinarbeiten also ich hoffe sie morgen keinen zu brachialen cliffhanger momentan also episode 21 oder season 2 episode 8 hat mir gut gefallen kann man so stehen lassen kann ich nur weiterempfehlen und wie gesagt die anspielungen warum das keiner sieht ich weiß es nicht es ist traurig ich habe jetzt sogar schon erklärt mehr oder weniger wenn er aufgepasst hat mehr kommen wir morgen die habe schon viel zu viel geholfen also schieß bis zum nächsten video ich glaube ich heute schaffe ich nichts mehr wirklich aber langes wochenende da könnte vielleicht was gehen ja und der kaffee ist wieder kalt ist